Ich zeigte nur den anderen Parkour. Vor allem es steht 3 zu 1 hier und ich nur einmal in diesem Map bist jetzt getötet. Ja getötet, aber mir die Reifen zerschossen, mich da irgendwo runterrutschen lassen und so? Das zählt nicht, ne? Das glaube ich auch. Also ich weiß nicht wie lange du im Map bist, aber... Mal sehen. So, ich drücke schon mal auf Start. Köpfchen ist gemacht. Ah genau, die Map habe ich auch. Naja, ist doch... Nee. Die wolltest du starten oder was? Ja. Ja, dann passt so. Wir haben genau dieselbe Map versucht, gewollt, starten gewollt. Und ich habe noch eine, ist auch mit dem Mapabbauer... Wieso? Ja. Der baut geile Maps, finde ich. Aber ich habe heute 12.000 Schritte gemacht, Alter. Kann ja gar nicht unwahr sein. Ich dachte nur im Bett. Ja, ist das Ding Astron? Ja. Ja, Astron ist so eine geile Karre. Warum? Ist ein Porsche Cayman. Ja, das... Das ist mir schon bewusst, aber... Sagt ja jetzt nichts darüber aus, was das für ein Auto in GTA ist, ob der was kann. Hey! Auf auf mich! Hallo! Hallo! Sag mal! Hey! Hey! Oh my god! Geram? Nein! Swatzi! Haha! Na ja, die Karre hat scheiß bremsen. Wenn die ungetült ist. Also Jungs, die ich habe. Wenn ich einen geplatzten Dreifelshop ist, was schweift, was hier rum. Wenn ich nicht Swatzi gerammt hätte! Ja, weil mich Swatzi gerammt hat. Ihr Sackrat. Swatzi, du bist so eine miese, sacklose Ratte, ne? Ich weiß. Ey, warte, was? War das knapp, Alter. Boah, das ist knapp, Alter. Boah, und dich da jetzt nochmal wegrauben. Schade. Junge! Das ist ein mit schwarzen Felgen, würde die Karre geil aussehen. Was sind die Rotschlüsse, weiß ich. Äh, zwei Minuten. Oh meinst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Nein! Was ist das? Nö! Oh. Geht jetzt gut. Clever, Swatzi. Clever. Hä? Wie kommt ihr da hoch? Äh, 50% Gas und hoffentlich Vollspeed. Ja, hab ich. Aber dass ich auf dem Weg nach einer Annäherungsminie gesucht habe, war nicht unbedingt hilfreich. Go, Swatzi! Zwei Tee! Zwei Tee! Zwei Tee! Hau ihn weg, er hat es verdient gewusst. Ich kann nicht, ich bin schon auf die Dinge drauf. Nein, Zwei Tee! Lass es, lass es, lass es, lass es! Nein! Nein! Du Sacklose Ratte. Also jetzt wirklich. Sag ich doch. Ja, also jetzt wirklich. Ja, also jetzt wirklich. Was ist das für... Das ist echt einfach eigentlich. Ich kann nicht schießen, ich fass es nicht. Oh, ich hab keine... Ich hab keine... Ach du wolltest schießen! So ist das. Ich hab keine... Das ist das, was du glaubst. Wow! Wie er da runter spinnt, Alter. Wie ein Beyblade. Hast du mal seine Karre? Ey! Also der Nächste, der hier ist, der wird einmal geträumt von mir. Also der Nächste, der hier ist, der wird einmal geträumt von mir. Er fährt zurück, wenn er das machen kann. Dürren lasse ich nicht durch. Tut mir leid, Brüller. Was? Ich schiebe an... Ah, ok. Jetzt noch. Och nee, Alter. Swati, wie wärs, wenn du einfach mal die Eier wachsen lässt? Hast du Eier mit richtigen Muffin einmal drausschießen? Er hat den Reifen lassen geschlossen, oder? Klar, weil der mit den Eiern immer der ist, der die größte Kanone hat. Das ist die Einschätzung, die ich von dir erwartet hab. Naja, das glauben zumindest Amerikaner, ne? Nein, 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 nein! Er EMP't mein Auto! Nett! Jaaa! Geil! Nein! To Raw, nein! Nein! Wann hab ich Swati Schaden zu? Swati! Boah, ihr seid so... Er hat dich runtergeschubst. Ich war nur... Ja, ja, du hast nur die EMP-Granate benutzt. Alles gut. Ja, ich war nur die Vorlage. So ist es nicht. Sorgt besser dafür, dass ich nicht nochmal vor euch lande in diesem Rennen, ne? Alle beide. Schau mal, also... Also ich fahr das erste Ding mit Handbremse. Beim ersten Ding... ...rück Handbremse und fahr dann... Dann wie lange soll ich jetzt hier stehen bleiben, Jungs? JA! Das soll ich doch alles nicht. Du brauchst dich, ich fahr gerade sehr der Bahnvorsitzpunkt. Nein, nein, nein. Drecke ich auf. Ich frag mich, wie man mit so wenig Ei angeboren werden kann. Okay. Zieh dich! Ja... Ja, und er schafft dazu. Ja... Also eigentlich müssten wir Dings doch heute trollen. Was, warum müssten wir mich hier wieder trollen? Hä, 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 hä? Ich hab nen Namen. Hallo. Weiß nicht. Ghostly ist so die perfekte Trollvorlage. Was sind denn jetzt hier? Ach, wie irgendwann der Ex-Bus einfach nur troll. Du könntest das auch total Geld machen. Du musst eh... Du musst eh... Was ist denn das für ne ranzige Kacke? Was ist denn das für ne ranzige Kacke? Das ist ein Charakter. Oh, ich dachte, ich kann nicht durch die Wand Oh mein Gott, los, go! Doggost, wo bist du? Oh mein Gott Schnell die Pumpe Oh mein Gott, was ist das so teuer? Sag was Nettes Nein Nicht du Okay, das hat es gehe Wieso hat es sofort ein großer Polybant haben wir zu schwenken? Na, ich könnte Konten dieses Fumpe Einen Moment Oh, Dural ist abgesoffen Ich muss ihn gar nicht holen Er verkackt es auch selber Achso, oh shit, scheiße Ach komm, ich bin mal nicht so scheiße Tu war es schon von Geburt an scheiße Ich stelle jetzt auch wieder Oh, der Sprung ist fies hier Naja, einfach nur geradeaus Vollspeed Achso Ich habe einen Platten und eine Annäherungsmine Du kleines Frettchen Von einem ekelhaften Wiesel Okay, Spawn-Entfernung reicht nicht Wer schießt mir schon wieder auf die Reifen? Ich nicht Swati, Duran und ich fahren Ist ja nicht so, als würde ich sehen, dass Swati in meine Richtung guckt Nein, ich gucke zu Duran gerade Auch wenn ich nicht weiß, wo er ist Ich bin cool Ich wusste nicht Ja, lass den braunen Kackstift hier oben rum fahren Alles klar Floring, oh dude Wir sehen uns morgen, denk ich mal Gotti Ich höre deine verdammte Schafschützengewehr Ich höre deine verdammte Schafschützengewehr Ich bin dann da vorne fern Ne Wer auch immer Wer auch immer Wer auch immer Ich muss reinfahren Was ist los? Das Du Kleiner Dreck Ey, wo bist du denn gerade gestorben? Hin Wo ist es von von Ja, die war eigentlich für Duran gedacht Ja Aber ich meine, dass du noch Guck doch Ist jetzt noch fast schockierender als der Rest Ja Ey, wo Lampen Schnellbau Warte mal was Was denn jetzt heißen? So Ja So Ja Ja Können du den anderen packen? Von Es steht 3 zu 1 Hier hat ich nur einmal in diesem Land Bis jetzt getötet Ja, getötet Aber wenn wir die Reifen zerschossen Mich da irgendwo runterrutschen lassen Und so Das zählt nicht, ne? Nö Es war ein Weckram So gesagt Ja, als würde das nicht auch als Troll zählen Puh, du hast es voll verdient Ich weiß Das und viel mehr Das und viel mehr Das und viel mehr Königste Deutschland Wer Ich muss ja links Da kann sie noch rein über Ja, mein ganzes Leben wahrscheinlich 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 Wow Letzter Hochweitspringer Ah Ah Wow Guck 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 Und wo hast du verkackt? Basti Hm, hier hinten ist ein Sprung Ja, hab ich das gesehen Ah ok, darf ich nicht verkacken Ja Ich hab Zuvor verkacken Was hast du denn hier vor noch verkackt? Ja, bin hier gegen die Stange geknallt und dann rausgeflogen Ah ok Boah Guck 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 ja ich merke ich du wirkst gelassen dabei auch rett du auch nicht dass da noch einer ist sehr gut ich wollte gerade noch sagen boah wie geil ist es jetzt hier einen umzubringen und in dem moment tötest du mich so kriegt die kamera was nein jetzt kommt hier so ein richtig ekliger konzentrationsteil oh geil das liebe ich nicht immerhin ist die map wirklich witzig und wie geht es denn so eine warrad sache rüber ne so eine kleine jaja aber das ist nur kurz und ein sprung zum punkt ja aber das ist eine coole sache ich dachte ich kann voll springen alt bis wenn man da lang fahren tatsächlich ist das einfacher als ich dachte eher also man kommt tatsächlich ziemlich leicht auf die dünnen teile drauf ich bin ausgestiegen ach da ach da du sollt go alter ohne scheiß hast du auch gemacht ist also nicht verboten oder um es mit anderen worten zu sagen ich habe schon eine deprimusie gehalten als radio das gta radio habe ich schon vor ewigkeiten gestummt auch wegen copyright ne ist nicht das gta radio der wettbewerber hat das eingestellt ach so ich habe alle musiksounds in gta aus genauso wie die handy anrufe also ich höre es zwar also ich sehe es zwar aber ich höre es nicht weder das klingeln noch die stimmen du und du jetzt schon bleib ohne scheiß digga wie lang ist das hier naja ich hatte eigentlich eine annehmungsmine für dich hingepackt ich bin doch liebe oh nein nein oh nein wie habe ich was gemacht Mr. Green nicht schon wieder so jetzt kann ich in frieden sterben glaube ich dir war doch eine schöne map muss ich sagen hat mir gefallen ach ihr seid schon durch ne Swatty nicht ich schon ach so ich weiß auch nicht warum Swatty da so Probleme mit hat also das bisschen getrolle hin und wieder beruht er ja nur auf gleichheit ne so nach dem Motto wie du mir soll ich dir jetzt spring mal ein Stück weiter nach rechts guck mal wie easy du da liegen bleibst also ich meine so wie du da liegst ist halt schon bisschen lappig aber nein was tust du denn da jetzt kommt so ein Punkt ganz ehrlich den finde ich mega dämlich der jetzt kommt der ist absolut easy du kannst da ganz normal durch Swatty was warum warum bist du so ein Spacken das kannst du nicht ernst meinen jetzt hat Ronny Punkt vor dir sein denn du sprengst ihn noch weg er hat den Punkt damit erreicht er auch das Ziel vor dir weil da muss man jetzt einfach nur noch lang fahren das dauert zwar in der Welt tatsächlich liegt da auch keine Annäherungsmine oder so mehr das heißt er hat jetzt wirklich freie Fahrt er hat aber verkackt wie machst du das Swatty das ist so einfach da ach nicht wieder meine Fresse hat das bei euch gedauert ey das hab ich verkackt am Ende zweimal das hat echt gedauert jetzt das hat echt gedauert 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 das hat echt gedauert